Willkommen zu einem neuen Livestream, zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen Part, Haarweiß, neue Augen, das Live-Let's-Play, na dann, wir sind hier immer noch dort, wo wir im letzten Part aufgehört haben, an der Weggabelung und haben hier die Möglichkeit, beziehungsweise nicht die Möglichkeit, uns einen Weg auszuwählen, hier geht's zurück, hier hinter in den Wald und dann, wahrscheinlich irgendwann zur Anstalt hinauf, hier geht's ins Dorf, und hier geht's in den Moorsee, und dann geht's zur Anstalt wieder hinauf, äh, nein, zur Dursterschule, da wollen wir ja absolut gar nicht hin, zur Dursterschule, tja, ähm, der Gerhard hat gesagt, äh, wir sollen hier warten, er kommt wieder, aber, ja, es ist also, ganz ehrlich, eigentlich, eigentlich müssen wir jetzt in den Moorsee, und wir müssen dort mal, Etina's Key im Vorsteck finden, im Prinzip hier, müssten wir hier, oh, und wir können sogar hier, ich dachte, wir können nicht, einem Wachsenden widersprechen, okay, ja, das Verbot ist aufgehoben, jetzt können wir auch hier in die gefährlichen Orte, hier haben wir einen sehr gefährlichen Ort, ähm, ja, ein Moorsee, bei Folge, und hier sehen wir hinten die Anstalt, oh, weich, fürchte, da müssten wir noch später hin, dann haben wir noch später hingehen, was, aber, ach so, stimmt, ja, ähm, ja, Wachsenden widersprechen, das hat die Aktivität vorgemacht, Alkohol trinken, gefährliche Orte betreten, das müssen wir erstmal freischalten, hm, können wir vielleicht irgendwie, Wohlknäuel, Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben, ich will aber, na komm, bleib hier, Harvey, tja, dann wohl nicht, das Wohlknäuel war ein Symbol der Freundschaft, auf Lilly selbst einsetzen, Tja, gut, ähm, dann wollen wir zurück zum Wegweiser, dürfen wir nicht lang, so, zur Brücke oder zum Dorf, die Wohlknäuel hat man zur Brücke, ich will mal, wie wir dort weiterkommen, auf, der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsis, hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wollte, auf der anderen Schuferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch, offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden, und ob schon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie es dem Jugendermittler gleich zu tun, und, hast du schon was gefunden? musst du das andauernd fragen, ich meld mich schon, wenn ich was entdecke, öh, hast ja recht, wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt, Beide wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen, wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern, und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe, hör bloß auf, und such lieber weiter, hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja, Lilly hatte genug gehört, die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel, hoffenbar war Edna's Sorge berechtigt gewesen, Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen, nun galt es mehr denn je, Edna's Versteck zu finden. Großartig. Ja, die beiden kommen mir doch bekannt vor, kommen mir schrecklich bekannt vor, der liebe Blaser, und der, ja, ein Wärter, die Wärter der Anstalt, aber Schreck, ja, der Blaser, trink auch mal nicht so viel, wird in der Flasche gelangt, das könnte noch später zum Verhängnis werden, Futterkrippe, an der Futterkrippe hing ein Schild, Säbel, Zahn, Wildschweine nicht füttern, Säbel, Zahn, Wildschweine sind äußerst gefährlich, im Falle einer Begegnung, keinesfalls wie ein braves, Kloster, Schulmädchen aussehen, Säbel, Zahn, Wildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu zwei Meter groß, und lauern gerne in allen Schatten, Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren, also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst, der Förster, Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte, Aha, ist das zufällig Revierkraut? Tja, zum Glück sehen wir nicht aus wie eine brave kleine Klosterführung, und zum Glück ist das nicht der Falle. Hallo Gerrit. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Wust. Säbelzahnwildschweine. Yay. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Aha. Ähm. Gerrit hypnotisieren. Gerrit war außer Reichweite. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Ach, schade. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Verstehe ich. In der Krippe. Lilly bezweifelte, dass Säbelzahnwildschweine sowas mochten. Aber sie durfte sich ja ohnehin nicht füttern. Tja. Ähm. Okay, die können wir nicht lesen. Dann gehen wir zurück zum Wegweiser. Dann gehen wir ins Dorf. Oh. Ist das die Karte? Die Karte vom Geheimversteck. Oh. Nicht, das ist Geheimversteckkarte. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Oh nein. Hm. Gitterfenster. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Auweil. Wir haben eine Luftpumpe. Wir haben ein Fahrrad. Das musste das Polizeipotto sein. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die er niemand nehmen konnte. Knochen. Dann nehmen wir jetzt die Luftpumpe. Wir haben bestimmt noch irgendwo für gebrochen. Okay. Wenn wir Müll rumwühlen, dann können wir hier durchs Fenster in den dann Pizzakarton einmal Müll rumwühlen. Schillichote. Die können wir in Depone ganz gebrochen. Die Schillichote. Um den Kaffee herzustellen. Gut, dann gehen wir wieder raus. In eine hübsche Ecke. Hier. Polizei Revier. Kommt mal hinein. Oh, hallo. Die Karte ist in der Zelle dran. Hallo, Herr Wachtelmeister. Wachtelmeister. Ähm. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Ähm. Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst. Genau das. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Ach, schade. Ich dachte, es geht ja um Gerechtigkeit. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Aha. Oh je, oh je. Ich möchte Anzeige. Was muss dir eines Tages passieren? Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Ich möchte Anzeige erstatten gegen mich selbst. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst. Richtig? Wir müssen Alkohol trinken. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Aha. Das heißt, wir müssen erst mal Alkohol trinken. Das Verbot überwinden. Dann müssen wir irgendwo Alkohol herbesuchen. Dann müssen wir den Alkoholtest bestehen. Und dann kommen wir hier an die Karte ran. Aha. Lügen, gefährliche Orte betreten. Vermutlich müssen wir das in dieser Reihenfolge auch als drei schalten. Als erstes haben wir auch Feuer preigeschaltet. Und jetzt dann nach dem Widersprechen. Und jetzt, ja, so wird es wahrscheinlich laufen. Erst zum Schluss, fast zum Schluss schon können wir erst gefährliche Orte betreten. Und die kann es zum Schluss finale tun und lassen, was man will. Es wird von einem wieder frei gesprochen. Ein Kortest. Tja. Nüchtern. Die Karte lag außer Reichweite. Die Karte lag außer Reichweite. Wo lag die Karte? Die Karte lag außer Reichweite. Aha. Sie lag also außer Reichweite, oder wo lag sie? Die Karte lag außer Reichweite. Ja, in Druck Weingummis. Ja. kann man davon besoffen werden vielleicht kann ich die mal die weingummis sahen lecker aus Lilly nahm das als Indiz dafür dass sie sie nicht essen durfte mhm aber du darfst doch du darfst doch erwachsen wieder sprechen also vielleicht mit dem Alcohltest gemeinsam nicht wirklich Wein in den Weingummis sie bestaßen ausschließlich aus künstlichen Farbstoffen aber das ist doch hier ein Adventure da kann man doch hier ja das ist doch hier da muss man doch nicht so streng nehmen das ist doch ja ein Neon Geberstift natürlich jetzt haben wir einen Neon Geberstift Weingummi Ginny Schotter ein Luftpumpe und ein Wollknall na großartig ich bin beeindruckt du bist der Vadium vielleicht hm lässt sich irgendwas draus basteln ähm vielleicht Lilly wusste dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte das Essen war so ein schlechter Verlierer und wenn es zu toben anfing wurde Lilly immer Angst und Bange echt jetzt das ist ja wirklich Lilly wusste dass das und wenn es ja vielleicht können wir den die Luftpumpe geben die Oberin hatte Lilly verboten ihre Sachen bunt anzumalen seitdem malte sie nur noch schwarz das wurde zum Glück toleriert oh schade ähm Lilly mocht Blumen Schmetterlinge und die Flecken die sie bekam wenn sie sich schlecht benahm okay die Oberin hatte Lilly verboten ja die Oberin hatte seitdem die Oberin hatte seitdem okay na gut ähm können wir vielleicht irgendwie mit der Luftpumpe das Gitter und an die Karte ran es nutzte alles nichts die Karte lag außer Reichweite Go go Hofos Gummiham äh Wattes Spiel so hier ist nichts mehr außer mit den Polizisten mit dem immer noch reden schon wieder willst du etwa wieder Anzeige erstatten? nö na so ein Glück ich wäre nur höchst ungern vor die Tür gegangen seit Dr. Marcel die Leitung seiner Anstalt schleifen lässt wimmelt es ja nachts nur so von entlaufenden Irren am besten man bleibt zu Hause und versteckt sich hinter seinem Schreibtisch das ist das vernünftigste was man machen kann oh ja ein sehr guter Polizist der beste in seinem Job der macht ja seine Arbeit richtig so okay hier können wir zum Friedhof hinterhof zur Bar vielleicht können wir da irgendwo ein Fuse besorgen indem wir uns ein wenig trunken machen können ach der Barmann und ja das Lied das kommt mir auch relativ bekannt vor Flunderautomat nicht wahr oder? Flunderautomat um den Automaten zu benutzen brauchte man Kleingeld ach verdammt und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen Tja habe ich beides nicht vielleicht können wir um den Automaten und Tja wo kriegen wir mit Kleingeld her schönes Lied im Hintergrund hallo Barmann hast du jetzt noch den Job gefunden oh was haben wir denn da ein kleines Mädchen ganz ohne Eltern allein in der Nacht wie was zum was waren das für Gräuße der Stinktrink außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen kein Stinktrink wenn du also etwas trinken möchtest solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben dafür sind die Drinks dann umsonst hier die Karte das für Gräuße